Ich bin Flamor Scholem, wir haben den Mittwoch, den 20. Oktober 2021, Aufgabe Nummer 8 C. Wir haben hier eine weitere Person und diese Person zahlt jährlich Steuern in Höhe von 1740 Franken. 1750 Franken ist ungefähr hier oben, also wird 1740 Franken, fast genau zwischen 2000 und 1500 sind, leichter 100 als 1750. Jetzt habe ich das hier in der Grafik nicht genug genau zeichnet, aber das muss irgendwo hier oben sein. Heisst also, die Person, die zweite Person verdient leicht unter 120.000. 1.000 sind 140, die Person wird ungefähr 115.000 vielleicht verdienen oder ein wenig mehr. 115.000 ist gut. Ich hätte jetzt ein wenig mehr gedacht, also eher 117.000, 18.000, aber da geht es darum, dass wir eine grafische Schätzung abgeben und wir wissen, die Person zahlt nicht 1.000, 18.000, sondern 1.740 Franken Steuern im Jahr. Also verdient sie ungefähr 115.000 Franken. In der nächsten Aufgabe schauen wir dann an, wie viel das sie genau verdient. Gut. 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 Gut.